Gassachla und wir sind wieder in Skyrim. Das ist Ola Wien, unser Drachenfreund. Achso, ich muss ihn befreien, gell? Ja, ich muss ihm sagen, ne? Oh! Tab war gedrückt, irgendwie. Weird. Ja, genau. Okay. Ähm. Wie viel frei, ja? Ähm. Oh, dumm. I can't believe that work. You sure about that? You sure about that? I want to let that dragon loose after all the trouble to catch him in your funeral. Someone else is gonna have to help you get him back in there again. Ja, Arne ist wieder vorgefangen. Machen wir ein Harz, eh? Ich bin mir nicht sicher, ob es dann komplett aus ist. Ready, open a trap. This seems like a really bad idea to me. Carry on, soldier. This is all part of the dragonborn plan. Oh Gott. Jo. Ist das denn mein zukünftiger Landeplatz für Unterrochung? I am ready. I warn you, once you've flown the skies of Kaizal, your envy of the Dov. Amativ, nur Burgkortin's Tinselok. Okay. Okay. Cool. Dankeschön. Wir sehen uns weiter. Ich kann ja m Ima callen jetzt, gell. Okay. Ist da Dragon Priest? Das ist das erste Mal, aber ich bin mir ziemlich sicher, das ist das End von Skyrim. müssen wir denn machen. Okay. Dragon Nummer Eins. Ha, ha. Ah. Jo, ha, hm, 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 hm. Ich hab's so schnell einen Moment. Wie machen wir das jetzt? Ich hab keinen Platz. Wisst's was, ich tu nochmal schnell. Ich lad nochmal schnell, wir sehen uns dann wieder da. Okay, meine Freunde, wir sind wieder zurück, ich hab nur in Wilhelm alle Atoms abgelegt und ich bin quasi das erste Mal jetzt wieder da. So, und ich bin ziemlich sicher, das ist ein Drachenpriester. Er hat noch nicht gewischt, weil er hat das, bis er auch zu einem älteren Priester. Und... Mit einer heldenhaften Musik. Oh, servus. Nachher Nummer eins. Auf Wiederschauen. Das Skelett ist im Inneren. Das ist, äh, ja. Der nächste. Let's go. Oh. Wieder an der Tod. Gleich mit ihnen ist es schon so am Lern. Episch! Oh, okay, der geht jetzt nicht ab. Ich glaube, der geht hoch. Hoch. Das ist ein Deathlord. Keine Ahnung. Zeit. Lern, da geht es nicht weiter. Haben die das falsch programmiert? Geht es da vielleicht wieder? Ja. Sehr unspektakulär, wenn wir den Weg nicht finden, ne? Das ist doch ähnlich. Schaut so aus. Ja, nochmal durch. Skulldorf in South Tower. Das ist eigentlich ziemlich cool. Gold, nice. Let's go. Serviert schon. Wir werden in dieser Episode, glaube ich, ihn töten. Ähm. Wie willst du jetzt, dass ich da rumgehe? Was? Ich belüge euch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen Plan. Ähm. Ja, da ist gar nichts. Ein bisschen Loot, ein paar Leute, die ich haben kann. Oh, das ist euch. Okay. Ähm. Okay. Ja, da. Jetzt haben wir die ganzen Katzenhaare im Gesicht. Weil wir können sie direkt zwischen Episode und Buschern haben wollen. Ähm. Das heißt, da muss ich irgendwo... Warum fußt schon da, ist doch nicht. Fußt schon da. War nicht irgendwie, aber... Was? Was? Nichts? Ja. Ähm. 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 Ja. Wie ihr seht, ähm. Ich belüge euch nicht. Ich habe keine Ahnung, wo es hier geht. Hier hat eigentlich ein Wort, dass wir in der Mitte auch hier reiner können. Allas. Das schaut nicht so aus. Ja, ich nehme auch, ich muss irgendwas im South Town machen. Ich habe, wie gesagt, ähm... Noch nie so weit gespielt. Ja. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da Dragon Priest am Schluss ist. Irgendwie hat es kasselöse Dragon Priest. Schau, da sind drei Türen. Und sonst nix. Da müssen wir sicher nicht rein. Ich meine... Schreibt es mir in die Kommentare. Muss man da einfach aufgekackseln? Muss man da einfach aufgekackseln? Muss man da einfach aufgekackseln? Ich meine, das schaut nicht richtig aus. Na? Keine Ahnung. Achso. Es geht auch nicht hoch genug, dass ich auch irgendwo aufbechargen kann, ne? Hallo. Muss ich jetzt extra ein Video schauen, damit ich weiß, wo es weitergeht. Was? 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 Ja, du hast mal angefangen. Was? Was? So. gibt es ja nirgends irgendwas ein Deathlord schon wieder wie war bei Deathlords? gebt es euch das? geilo jo ich glaube du bist der letzte oder einer der letzten okay ich renne da nicht nur mehr runter das ist ein Aquaduct, das schaut noch scheiße aus so yes all these forces aren't strong enough at all so der nächste das Skuldarfen Temple oh der uns nach Salvengard führt in the corner of my eye ja das fühlt sich, das fühlt sich ja wirklich wie ein Boss Gegner gut dass ich ein Boss bin ja Loch Deppert ich hab immer nur Katzenhaare in die Augen komm okay oh ein Rätsel der 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 Wir wollen nicht zum Planen, hier nicht. Ok, ähm. Elven Dagger, nice. Und die Schlange und dann können wir weiter. Das ist so easy. Ebony Greatsword. I'll take it. I'll take it. Weil Ebony zeigt, wie wir lange machen können. Okay. Weil wir drei Level brauchen, weil wir hier auch nicht mehr messen. Deswegen ungünstig. Okay, 270 in one-handed. Easy. Okay, okay. Ja, ja, Rode, da haben wir. Ah, leider die epische Musik ist weg. Ich weiß nicht. Okay. Okay, da haben wir. Pillars of Autumn. Und okay. Herr Falke. Hier. Und der Delfin. Oder der Fisch. Der müsste immer Delfin sein. Und darunter haben wir. den Drachen. Den Drachen. Ist schon lange. Gut. Easy. Ja, es scheint, ähm, nur kurz. Ein paar kurze Rätsel. Ein paar, ähm, Tests of Wit. Servus. Oh, ja, 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 ja. Stöbige Rüstung anscheinend. Stöbige Rüstung anscheinend. Stöber ist empty. Bin ich gerade da, Duo gehabt, oder? Sì, kann ich ja. Nullets weiter, oder bin ich weiter? Die Jugg wurden sie ausschliessen. Okay, Nevermind. Du brauchst so einen extrem gut XP. Was ist denn da passiert? Okay, wir gehen hoch. Dann war es wahrscheinlich eine. Ganz ehrlich, ich habe nicht mehr Wort, dass wir jetzt so viel in der Hölle noch einmal messen. Was war der Drachen, glaube ich? Das ist aber nicht gut. Oh, da bin ich jetzt aber echt froh, dass der auch nicht zufällig dabei gehabt hat. Ja, oder? Okay. Wir haben... ...ein Wolf-Motter-Drache. Gut. Wolf-Moth-Dragon. Wolf-Moth-Dragon. Und die erste Klaue, die wirklich runterkehrt. Oh. Sehr gut. Ich weiß zumindest, dass es eine Ruby-Klaue gibt. Und auch die Golden-Klaue haben wir eh ganz am Anfang gesehen. Gib mir eine Fire-Shot, geht schon. Okay. Es ist ein Emb locally範ertes Sandhaus zu machen. A burnt corpse? Oh, es ist ein? Ich habe eine Dachsviererin. 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 Ich habe eine Dachsviererin. ...Dachsviererin. Okay, let's go on. Wir haben nur 10 Minuten um das Spiel zu verändern. Ich meine wir dann anwenden erst 10 Minuten und dann... Ja ja. Es ist so cool dass die beschwingen werden. Aber wenn ich mal zusammen bin. Und ich kann. Ja da ist der Well of Founder Drang Priest. Ja da ist der Drang Priest. Ja da haben wir ihn. Das ist die Maske die ich anbaut. Sehr gut. Bist du mit nach Sovnguards oder? Let's go. Das ist ein Sovnguards meine Freunde. 22 Minuten. The World Eaters Eerie. Das heißt wir sind jetzt im Land der Toten. Ja man kann ihn nur im Land der Toten töten wahrscheinlich. Da ist er. Da fliegt er. A Blue Mountain Floor. Das ist das, was ich nicht. Was sind jetzt hier? Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Herr, dass ich nur die Blut nehmen. Aber es ist all das Waffe. Ohne gewisse. Es ist das Glück. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Was ist das? Can you lead the way to where Shores Hall waits, beckoning us on to welcome long? I saw it fair when first I trod this long sought path. The Shores Hall, shimmering across the cloud. I flogged. Hurry, before all the more life devours. I'll try to hold your hopeful purpose quickly before this encompassing cause. Yes. I don't need to turn back, I am what he is fearing. Hey man, I am pretty happy when I see it. Do you know though? There is no escape. Courage is useless. I am not sure. When will you get me? What brings you here? A wonder here, at Sovendarm, souls end. A fateful area, no few have chafed to face the worm, since first he set his soul's tear here at Sovendarm's threshold. By the right of birth. The warrior's test. The warrior's test. Okay. I bring you up and then. Really. And now we're looking for a tower. Let's go. And Odin. Okay. The hall of Vela. Iscremora. Okay. The hall has stood empty since Alduin first set his soul snare here. By Shaw's command we sheathed our blades. And ventured not but three await your word to loose their fear. Gormlaith. The fearless. The rare hearted in battle. Hecum. The valiant. Heavy-handed warrior. It is time. This one is really strong. Good. The endless weight gives way to battle. Alduin's doom. His death or ours. For a hundred lifetimes my heart is burned for revenge. His shadowy gloom is his shield and cloak. But with four voices joined. Our valor combined. We can blast the mist and bring him to battle. Okay. My disciples still follow the difficult part. The world is the way of the voice. Neither widen nor ease. We must fly away his history. Shouting together. And then unsheathe our blades in desperate battle with our blackwing foes. Good. To battle. My friends. The field will effort. To battle. I can look at myself. That's good. Good. I don't know. I don't know. A hero. A hero. A hero. Random heroes. Sovnguards. He's a archmage. I believe this is the army. But I don't know. I don't know. I don't know. Let's go. Sorry. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. So. So. If he looks, we'll do it. Wird das richtig cringe? Das erste Mal ist Garim durchspüren. Oh, so. Okay, ähm, wer haben denn? Oh. 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 Does his strength have no end? Was our struggle in vain stand fast his strength is failing once more and his might will be broken The free elderly in decision long leasing loves kids Let's go Drenren Let's go Brokda Los Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jetzt bin ich ein Dragonslayer, oder was? Ja, bestimmt Achso Wow Danke dir Sovngarde ist wieder safe, sehr gut Und Alduin ist Dead I'm ready Sovngarde Oh Was Hero Call of Wow Wow Das ist ja in der J-Drochen ist ja immer noch in der Börde, klar Wow Das ist ja in der J-Drochen Sovngarde 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 ist ja in der J-Drochen Viele von Dauvaten sind nun in Kizar. Without Alduin, sie können noch auf die Vahzenne Die Fähigkeit meiner Fähigkeit. Aber nicht oder nicht, sie werden es hören. Sehr gut, Dauvaten. Changing one evil master for another that he sang. Okay, this was Skyrim. Hattor. Immer wieder rein. Oh. Okay. Jetzt auch noch einen Weg. This... Game. Oh, 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 oh. Ah, oder wie? But I doubt many will wish to exchange Alduin's lordship for the tyranny of Parthenaxes' way of the voice. As for myself, you've proven your mastery twice over, Furi Dovakin. I gladly acknowledge the power of Thumb. Zuh, oh, Darwin. Call me when you have need. And I will come, if I can. Interesting. Okay. I think we're going to try it, friend. Let's see, right? Not done. Look. Fiii! Und er ist verschwunden. Ähm. Ist das Odawing? Was ist der nächste Quest? Ich glaube, ich habe kein Quest mehr offen, ne? Unglaublich. Das Ende von der Quest. Ich fühle mich, ähm, überhaupt nicht glücklich. Weil es nicht das Ende war. Und was wir jetzt machen werden... Ich werde jetzt aufmerksam geworden. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Ich habe dir... Du? Du wachst es? Drem Yolok. Drem Yolok. The blades are wise not to trust me. Onikan Nio... Dov Wallan Farrell. We were made to dominate the will to... I can be trusted. I know this. I have overcome my nature only through meditation. No day goes by where I am not tempted to return. What is better? To be born good or to overcome your evil nature? Oh, that's a lot of other things. All right, my friends, that was actually the Skyrim Main Quest. Yeah, we'll go to the left and end this episode. Thank you for watching. Give me a like to us if you liked our next video. We'll be right back to the next video. We'll be right back to the next video. We'll be right back to the next video. für die englischen Leute. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Und wir sehen uns in der nächsten Episode von... The Elder Scrolls 5. Scam. Wir dich.